Dann werden wir es doch direkt mal... Nein! Falscher Knopf. Ja, ein bisschen Feuerwerk zu unseren Ehren, weißt du. Jetzt möchte ich die aber erstmal wieder da haben und das hier. Und ich glaube, jetzt können wir es mal versuchen, da hinzukommen. Ich möchte dich eigentlich gar nicht besiegen. Ach, oder so. Weil jetzt sehen wir ja, wo das Loch ist mit dem Teil. Brauche ich jedenfalls. Und vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere heraus dann. Okay. Dummdi-dum-di-dum. Ach, guck mal. Hier geht es auch rein. Wir haben ja direkt noch eine Kiste gefunden. Wenn ich mich dann gescheiterweise dann vorstelle. Ein Schlüssel! Juhu! Das war doch mal erfolgreich. Hier sind... Hier geht es nicht rein. Noch nicht. Jedenfalls. Hier geht es auch rein. Oh! Cool. Ah, hier ist es, wo wir... Ähm... Wo wir dann so richtig schön reingefallen sind. So richtig schön auf diese Falle hineingefallen. Der Kompass! Der Kompass! Ja! Okay. Gehen wir mal hier weiter und gucken eine Runde uns hier um. Hier scheint nichts zu sein. Ach, Mann! Geh sterben! Geh sterben! Oh! Ich hätte mal vorher gucken können. Aber nun gut. Passiert. Dann können wir hier auch mal schauen, ob wir hier irgendwas noch haben. Ach ja. Können wir uns ein paar Herzchen holen? Fällt mir gerade ein. Die spawnen doch so schön nach. Jum! Jum! Und Dekonüsse haben wir erstmal fürs nächste Leben. Genug. Also wenn man die alle behalten könnte und nicht nur 20 tragen. Dann hätten wir aber hier echt großes Lotto-Toto. Komm, dich tröte ich, weil dann kriegen wir hier unsere Liebe... Ey! Nimm dir uns die neuen Herzchen direkt wieder ab. Dafür gibt es aber Kasala. So. So, ich würde sagen, wir gehen aber mal wieder hoch. Weil ich glaube, hier ist nämlich tatsächlich nichts mehr groß, was wir nicht schon gesehen haben. Und dann werden wir uns auf den Weg machen in die Richtung da, wo wir eben die ganze Zeit abgestürzt sind. Vielleicht klappt es ja jetzt. Dumm, li, dumm. Immer diese langen Treppen. Ich glaube es ja nicht. Okay. Waren wir hier durch? Guck mal. Ist hier noch irgendwas? Ah, warte mal. Hier ist... Hier waren wir noch nicht. Da geht's... Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Nein! Das kann nicht euer Ernst sein. Schnell hier raus. Äh. Oh, da krabbelt es mich direkt überall. Oh, gehst du mal weg. Was ist denn das hier für ein Raum? Mit Grafikfehler. Ähm. Geht's denn da rein? Schornstein? Ich hätte jetzt gerne irgendwie... So, spring nicht da runter. Ach komm, springen wir runter. Probieren wir's. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Also nicht da reinspringen. Was hat uns der... Jetzt haben wir den einen Schlüssel verbraten. Ja, super. Ach, Mensch. Mensch, Mensch. Was hat uns das jetzt gebracht? Nikos. So. Dann gehen wir doch mal. Was ist hier alles wirklich? So. Jetzt gehe ich mal hier kurz mal überall durch. Ach, hier ist das. Hier ist sonst nichts. Ich bleibe immer schön in Bewegung bleiben. Ich glaube, das ist das Beste. Hier war das. Ist hier noch was drin? Ah. Komm her. Ich möchte nicht so lange auf einer Stelle stehen bleiben. Die Viecher holen mich sonst. Sie holen mich. Sie kommen mich holen. Ich spüre es schon. Mich kribbelt schon die Wäder überall. Schlüssel. Komm schon. Ah. Mensch. Ist doch nicht dein Ernst. Hier müsste es doch eigentlich auch irgendwo reingehen. Gehen wir jetzt erstmal rechts. Und dann gucken wir mal da. Wer ist eigentlich noch heute fertig kriegen, Leute? Okay. Nee, das andere an Fuchschen. Danke. Ah ja. Genau. Okay. Dann einmal Böhmchen. So. Und direkt wieder wechseln. So. Ja. Hier ist doch noch irgendwo was. Ich höre es doch noch da. So. Und. Ein Deku-Schild. Auch gut. Den hatten wir. Der war ja verbrannt. Aber ich hätte einen Schlüssel erhofft. Naja. Gehen wir erstmal weiter. Ah. Platsch. Da hat er uns ausge... Du hast dein Schild verloren. Mensch. Hat das Vieh uns... Und schon wieder. Du blödes Mistvieh. Und schon wieder. Also es ist erwachsener, ist das deutlich einfacher. Das sollte mich vielleicht nicht so reinstellen. Das hätte was für sich, glaube ich. Ja. Ja. Ja, mein Schild. Der Hünlias-Schild. Danke. Hast du jetzt hier drin? Ein Rubin. Oh. Super. Ich freue mich total, Leute. Ey. Total. Hm. Wo komme ich denn da dran? Verdammt. Kannst du so hoch springen? Ne. Ah, das hat's gebracht. Da kommen wir ja gar nicht mehr dran. Warte mal. Ich dachte gerade... Achso, weil Navi so komisch da durchgeschwebt ist, dachte ich, da könnte ich auch durch. Falsch gedacht, würde ich sagen. Okay. Nein. Ich brenne ein bisschen. Ich habe einen flammenden Pyjama. Dann suchen wir noch die anderen Kisten, die wir hier sehen. Da kommen wir mal. Dann haben wir eigentlich noch ein Ziel, außer jetzt die Kisten zu finden. Eigentlich doch nicht, weil wir haben das Auge der Wahrheit. Das wollten wir haben. Ab... Achso, das sind blaue. Ich brauche gerade sagen. Aber spaßeshalber werden wir doch mal noch hier ein bisschen rumlaufen. Außer es dauert jetzt noch Jahre. Aber ich möchte eigentlich noch die anderen Truhen finden. Ja, klar. Spring erst zu dem Zombie zurück und dann in das blaue Feuer rein. Das klingt sehr gesund, Link. Klingt sehr, sehr gesund. Dann einmal Aufi. Hoch mit dir. Jetzt müssen wir eigentlich wieder... Ach... Ah, das war... Ah, das war nochmal die Tür gewesen. Genau, wo wir eben standen. Und ich zumindest nicht so recht wusste, ähm... Was sie zu bedeuten hatte. Haben wir hier noch eine Kiste? Aber die haben wir doch schon. Die auch. Aber hier so müsste noch eine Kiste sein. Hm, wahrscheinlich dahinter. Gehen wir mal was weiter. Gucken wir uns mal um. Warte mal. Was ist denn das? Ah! Das ist aber ein gruseliger Raum. Ein Schlüssel gefunden! Bam! Okay. Und dann gehen wir nochmal ganz oben links hin. Und jetzt bin ich am überlegen, waren wir noch irgendwo nicht? Oder ist irgendwo noch ein Kistchen? Beziehungsweise eine Truhe? Oder eine Tür, wo ich einen Schlüssel für brauche? Hm, hm. Ich möchte jetzt mal... Also eigentlich müsste ich hier draufstehen. Vielleicht ist es doch da unten. Gucken wir mal drauf. Aber da falle ich doch wieder da unten... Da unten hin. Aber eigentlich müsste die hier sein. Einmal um die Ecke gucken. Vielleicht hier so. Warte mal, waren wir hier nicht noch irgendein... Hm. Aber hier unten ist auch irgendwas. Da hinten. Ist irgendwo weiter unten noch was? Hm. Ach, das war der? Hier kommen wir nicht weiter. Sehr, sehr, sehr strange. Hatte ich nicht noch irgendwo eine Tür? Das verwirrt mich jetzt. Hm. Hier ist auch nichts. Ich gehe jetzt mal da runter. Mal schauen. Und immer wieder den gleichen Fehler. So. Ne. Aber irgendwo muss ich doch mit diesem letzten Schlüssel noch hin. Kann doch nicht sein. Laufen wir das mal ab. Beziehungsweise erst mal töte ich den Zombie für unsere geliebte grüne Flasche. Oder unseren Absinthe. Ne. Hätte ich jetzt mal nochmal Lust auf so richtig leckeren Pernod. Jam, jam. Ähm. Na, wie gesagt, hier ist irgendwas. Ähm. 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 Wahrscheinlich eh nicht, aber... Versuch ist es wert. Nö. Was ist denn da, Navi? Ist nichts, Navi. Gesterben. Okay. Hm. Irgendwo müssen wir doch hin. Ach. Naja. Wir haben ja jetzt das, ähm, das Auge der Wahrheit. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch nichts mehr anderes hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann, ähm, entweder am Friedhof oder direkt am Eingang zum Tempel. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.